Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an Heiligabend. Statt unserer üblichen Nachrichten am Morgen, möchten wir zu Weihnachten die Gedanken unseres Chefredakteurs Stefan Schröder zum Fest mit Ihnen teilen. Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann? Einen alten Weißen? Und dann seine Spießgesellen Nikolaus und Knecht Rupprecht. Geht eigentlich gar nicht mehr. Völlig unkorrekt. Wie schön, dass es seit ehdem das Christkind gibt. Eine Wortschöpfung, die dem Seminar eines Genderlehrstuhls entsprungen sein könnte. Geschlechtsneutral und für Projektionen aller Art geeignet. Warum machen wir es uns in letzter Zeit so schwer mit Autoritäten? Was gelten uns noch Parteien oder Kirche? Nun gut, könnte man sagen, die haben einen nicht geringen Anteil an ihrem eigenen Bedeutungsverlust. Ein gebrochenes Versprechen sei ein gesprochenes Verbrechen, hat Bundespräsident Johannes Rau mal gesagt. Das gilt für beide. Jüngstes Beispiel, aus dem Recht auf Impfung wurde innerhalb eines Jahres eine Pflicht. Auch das könnte man einen Impfdurchbruch nennen. Für diese Meinungsänderung gab es aber gute Gründe. Allerdings ist die Auseinandersetzung über das Für und Wider von Misstrauen und Unterstellungen geprägt. Der Gesundheitsminister Außerdienst wusste schon sehr früh, warum er diesen Satz sagte, mit dem er den schwarzen Peter sogleich uns als Publikum rüberschob, als er meinte, man werde sich wohl bald viel verzeihen müssen. Gerne wird mal aneinander vorbeigeredet. Erkenntnis im Advent, unsere Gegenwart ist noch mehr durch Erregung als durch Erreger gekennzeichnet. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, aus dem Wipfel der Empörung herabzusteigen und es sich unten an den Tannenzweigen bei einem Glühwein gemütlich zu machen. Für das, was kommt, brauchen Sie nämlich einen kühlen Kopf, in jeder Hinsicht Abstand und vermutlich eine FFP2-Maske. Nehmen wir mal folgendes an, mitten im Bescherungstrubel zwischen Vom Himmel hoch und Pass auf, der Baum brennt, klingelt es. Vor der Tür steht ein alter Freund, doppelt ungeimpft. Das wissen Sie, er hat kein Geheimnis daraus gemacht. Zwar hat er keine schwangere Freundin im Schlepptau und den Esel verkörpert er in ihren Augen selbst, aber als guter Christ kennen Sie das Lukas-Evangelium. Aus seiner »Herberge« ist er rausgeflogen, Ehekrach. Und nun? Die Frage ist weder an den Engelshaaren herbeigezogen, noch wollen wir sie stellvertretend für sie beantworten. Vielleicht zerlegt die Abwehrschlacht gegen eine weltumspannende Pandemie nicht gleich unsere Gesellschaft, aber wir hören von persönlichen Kernspaltungen. Ehen zerbrechen darüber, Kinder sprechen nicht mehr mit den Eltern, Freundschaften frieren ein. Es scheint etwas verloren gegangen zu sein. Wenn Menschen Autoritäten nicht mehr anerkennen, liege das an schlechten Erfahrungen, zum Beispiel mit einem totalitären Regime oder mit einer zentralistischen Politik, sagen uns die Wissenschaftler. Oder sie investieren Glauben in okkulte Mächte, Geheimlehren, Verschwörungstheorien. Das kann oder muss man sogar verurteilen, wenn Menschenleben dabei aufs Spiel gesetzt, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert oder uminterpretiert werden. Aber wir machen es uns in dieser Auseinandersetzung zu einfach. Nicht jeder Impfskeptiker geht ohne Maske auf die Straße, brüllt Parolen und verschickt Päckchen mit verfaultem Fleisch an das Gesundheitsamt. Wenn für Menschen mit Zweifeln die Route ausgepackt wird, warum stecken wir sie nicht gleich in einen Sack? Reift bei den wenigsten Einsicht. Die öffentliche Prügel treibt Menschen solchen Demagogen in die Arme, die aus jeder prekären Situation für ihre faschistoiden Ziele Kapital schlagen. Bei all den Extrasendungen, Talkshows und Sonderbeilagen ist das persönliche Gespräch zu kurz gekommen. Womöglich, weil man nicht mehr an die Vernunft der anderen geglaubt hat. Manchmal nutzen die besten Sachargumente nichts, wenn dem anderen das Gottvertrauen fehlt. Es gibt Hoffnung, wie beim Boostern ist es dafür nie zu spät. Fehlt Ihnen noch eine Überraschung für Weihnachten? Ein Tipp, schenken Sie doch mal Vertrauen. Kostet wenig, wirkt stark, ist allerdings vom Umtausch ausgeschlossen. Sie können es den Wissenschaftlern zukommen lassen, einem noch impfunwilligen oder sich selbst. Stellen Sie außerdem am Heiligen Abend die Türklinge nicht ab. Eventuell steht einer vor der Türe, der folgenden Satz sagt, natürlich, rückblickend gesehen, würde ich gerne die Entscheidung des Impfens früher treffen. In diesem Sinne wünschen wir ein frohes Fest. Aktuelle Nachrichten finden Sie auch während der Feiertage stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast »Reingehört!« der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.